Oh, stark, Digga! Danke an Alex für das schöne Equipment, aber Haare müssen immer sitzen. Moin! Maik, wohin fahren wir? Bauen wir was raus? Wir fahren zum Videodreh nach Holland. Wir wurden eingeladen von Koya Goldstein. Ich weiß noch nicht mehr, wer das ist. Oh, der ist gut. Moin Instagram! Hallo! Guten Tag! Das geht! Komm auf, oder? Guck mal, das Bild. Boah, das ist geil aus! Boah! Hier ist ein Basai, Junge! Sag doch mal, komm! So Leute, wir sind jetzt angekommen. Internet ist absolut Arsch. Dennis, wie geht's dir? Gut. Zwei Stunden Autofahrt. Bist du aber gut gefahren, muss ich sagen. Dankeschön! Außer diese zwei, drei Ausweicher, wo ich gedacht habe, alter gleich... Immobilierer Blitzer, Junge! Ey! Nur in Notfall, wenn ich nichts zu essen habe. Der Junge macht alles mit. Seega! Ja, das kann man mal so machen. Mal abgesehen davon, dass unter... Also, wenn ihr Bock habt, Leute. Holland, Grenze. Maschallah, eben. Weck auf an! So, wir sind jetzt im nächsten Laden hier. Jetzt auf jeden Fall ordentlich was. Maik wieder mit noch einer Palette an den Start. Weißt du, was es gibt? Ich schwör auf alles. Nachdem ich alle nachgemessen habe. Ist das irgendwie zu hell oder so? Nö. Ist das nicht zu hell? Nein. Ist das nicht zu hell? Guck mal, wie findest du eigentlich so diese... Mh... Fanta-Persis. Also, wenn es bei der Kamera zu hell ist, ist es nur zu schwarz. Auf geht's im Bazar. Bazar, Bazar. Ein bisschen Gucci, Mucci, Versace, Manacce, Rolli, Rolli oder so ein Kram. Keine Ahnung. Wollt ihr auch ein Stück Schokolade? Ach so, das ist ähm... Bruder. Von Michel, das Ladekar. Beste Snack. Ja. Beste... Fand ich, Digga, der Kofferraum. Das Kissen, das kommt einfach schon entgegen. Das wird langsam echt schwer hier, Alter. Mach doch raus. Und dann? Machst den Übergang. Hör auf zu schmatzen, Alter. Boah, das kann ich gar nicht ab. Boah. Eckiger, Alter. Digga, ich zieh dir welche. Alter. Ja, okay, tschüss. Noch schläft er nicht. Ich warte darauf, dass er einschläft, dann können wir ihn anmalen. Kurzer Zwischenstopp, Maik hat sein Bein verloren. Na, kurze Pause, dann geht's weiter. Wie viele Kilometer haben wir noch? Wir haben noch eine Stunde Fahrt. Stimmt, ne? Stunde Fahrt. Ja, ich kann hier... Deine Hypothese darf ich hier nicht schneller als 100 fahren. Und er fährt schon 150. Ja, du musst aufpassen, ne. Toller. Nein, 130. Ich weiß nicht. Die Schweine, Alter. Der sieht aus wie Buckebucke oder Rindchen, Alter. Ein bisschen, ne? Niemals. Hola, señorita. Uno con tenas, el mucho, mucho del gusto. Uno. Ja. In der Stadt, wo die Lichter tanzen wie die Sterne. Der Bass ballert, ja, ich höre es aus weiter Ferne. Weiter Ferne. Weiter Ferne. Weiter Ferne. Die Nacht gehört uns, bis die Sonne uns klatscht. Bis die Sonne uns klatscht. Hat der offen, Alex, ne? Stand drinne, dass der offen hat. Hier steht dran. Hier steht dran, Fandas Luiti Vici um 15. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt jeder. Einfach. So ein paar Kars. So ein paar Karschlappen mit. Guck mal kurz. Sieht stark aus, passt. Richtig, das ist richtig. Verpeilt den Club, der Wahnsinn beginnt. Bleib im Flow, wo Gedanken verschwimmen. Im Club Klo weiß ich nicht, wer ich bin. Die Nacht gehört uns im Nebel der Illusion. Dennis, wo sind wir gerade? In der Niederlande. In der Niederlande? 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 Wir holen uns jetzt noch mal zu essen. gut gut jetzt läufst du ja stark okay ich würde sagen mit den geilen schritten beenden wir den vlog ich würde sagen mit den geilen schritten beenden wir den vlog was war das gut schönen abend